Natürlich ist man nach so einer Schlacht sehr müde, aber dennoch überwiegt der Stolz. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, auf alle gemeinsam. Wir haben alle sehr gut gearbeitet und dann auch verdient geworden. Wie wir uns da vor allem auch in der zweiten Halbzeit reingegauen haben, wirklich füreinander gefightet haben mit Ein-Mann-Unterzahl und man weiß selber, wenn Frankfurt da Druck macht. Die haben einfach offensiv auch enorme Qualität. Wenn du da eine Sekunde nicht bereit bist, dann kann es nochmal böse enden vielleicht. Aber wie gesagt, ich habe da von jedem so eine positive Energie gespielt auf dem Platz. Und da haben wir uns am Ende dann wirklich aufgrund der Unterzahl-Situation die drei Punkte erkämpft. Wir haben uns trotzdem weiterhin an unseren Plan gehalten von der ersten Halbzeit. Und dass sie dann zu der einen oder anderen Chance mehr gekommen sind. Okay, davon sind wir auch ausgegangen, weil man nicht alles weg verteidigen kann. Aber dennoch war ich guter Dinge, dass wir das auf jeden Fall gewinnen das Spiel. Wir müssen auf uns schauen, wir müssen unsere Arbeit erledigen und alles andere ist ein Zusatz und ein Bonus. Und genau das haben wir heute gemacht. Wir freuen uns natürlich riesig, war ein richtiger Schritt, wichtiger auch. Und ja, heute genießen wir es und dann geht es dann auch nächste Woche wieder weiter. Neuer Fokus und ja, wieder die neue Aufgabe. Es ist auch gut, dass man nicht auf die anderen schauen muss, sondern das alles selbst in der Hand hat. Das ist immer am besten. Und nächste Woche wollen wir wieder angreifen und uns noch ein Stück näher bringen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aber